Ich will Coop, ich will Vibes und ich gründe es schon wieder. Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, dann würde ich mir wünschen oder dann würde ich dafür sorgen, dass die Anliegen der Juden gehört werden. Auch wenn Jugendliche unter 18 noch nicht wählen dürfen, sind sie ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft und sollten auch angehört werden, wenn sie schon nicht richtig mitbestimmen können durch die Wahl. Das wäre für mich super wichtig. Dann würde ich mich dafür einsetzen, dass die Digitalisierung an Schulen vorangetrieben wird. Medienkompetenz und das Leben im digitalen Raum sind für uns alle unglaublich wichtig und da sollte einfach in der Bildung mehr gemacht werden. Und für Kinder und Jugendliche, die vielleicht keine digitalen Endgeräte zur Verfügung stehen haben, sollte da auch mehr gemacht werden, dass sie auch die Möglichkeit haben, im digitalen Raum zu partizipieren. Und dann gibt es noch ganz viele andere Dinge, die ich lösen würde als Bundeskanzlerin. Und jetzt ist es aber erstmal wichtig, dass ihr alle zur Wahl geht, denn ohne dich geht nichts. Nur mein Skateboard hat mehr Grip als meine Texte, bitch. Ich bin in der Booth und sie fragt sich wieder, was da ist.